FENSTERSEED FENSTERSICHERUNG Guten Tag, mein Name ist Kramer von der Firma Eisenlobert. Heute möchte ich mich mit Ihnen mal über das Thema FENSTERSICHERUNG unterhalten. Und ja, wo steigen wir ein? In den letzten Jahren ist die Einbruchsquote massiv gestiegen. Und wenn Sie sich Sorgen machen, wie sichere ich mein Fenster besser ab, dann lassen Sie sich von mir noch ein bisschen in die Welt der Fenstersicherung entführen. Der Einbrecher schlägt gerne das Fenster ein und dreht sich den Riegel um und macht sich das Fenster auf und ist drin. Wie verhindern Sie das? Am allerbesten durch einen abschließbaren Fenstergriff, wie Sie ihn hier sehen. Da drückt man einfach nur den Knopf rein und dann kann der Einbrecher das Fenster zerschlagen. Aber der Riegel bleibt zu und er kommt nicht rein und Sie sind sicher zu Hause, ob Sie da sind oder nicht. Im Übrigen, gegen Aushebelung durch einen Einbrecher mit einem Brecheisen oder sonstigen Geräten empfehlen wir diese Fensteraushebelsicherung. Und die funktionieren so. Wenn Sie das Fenster öffnen möchten, dann drücken Sie einfach diesen Riegel zur Seite und dann öffnen Sie das Fenster. Wenn Sie es schließen, verschließt sich alles ganz automatisch und das Fenster ist gegen Rütteln und Heben geschützt. Ich würde vorschlagen, Sie kommen einfach mal zu uns ins Geschäft, denn wir haben für die verschiedensten Fenster immer eine Lösung parat und dann können wir ja mal gucken, was für Sie dann entsprechend das Richtige ist. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Bis dahin! Bis dahin!